Hier ist eine super Stimmung. Ich schätze, dass mehr als 500 Zuschauer gekommen sind, um dieses außergewöhnliche Quidditch-Spiel zu sehen. Und das Spiel läuft. Auf dem Rasen sind die gegnerischen Mannschaften. Der Spieler mit der Nummer 12 ist unglaublich schnell und scheint nur so durch die Luft zu fliegen. Wahnsinn, die Geschwindigkeit. Er fängt den Ball und läuft nach rechts. Aber was ist denn da los? Da hat doch ein Spieler seinen Besen verloren. Das ist doch gegen die Spielregeln. Ich verstehe es nicht, dass der Schiedsrichter das Spiel einfach weiterlaufen lässt. Jetzt wirft die Nummer 11 den Ball. Eine ganz besondere Spielerin, die uns schon... Und was meinst du, Kerstin? Also, wie gesagt, Bernie, ich würde dazu raten, einen Verein zu gründen. Das wäre das Beste und das Einfachste für uns. Einen Verein? Ja, okay. Warum nicht? Das kann ja nicht so schwer sein. Ja, einen Quidditch-Verein. Da brauchen wir zunächst mal einen attraktiven Namen. Einen Namen für unseren Verein. Hm. Da möchte ich Kölner Besen zur Diskussion stellen. Was meinst du? Ja, hört sich nicht schlecht an. Also unser Verein heißt dann Kölner Besen. Abgemacht? Abgemacht. Dann sollten wir uns noch über unsere Vereinsregeln verständigen. Vereinsregeln? Ja. Haben wir ein Ziel? Was wollen wir mit unserem Verein? Viel Geld verdienen? Nein. Wir wollen den Sport bekannt und attraktiv machen. Aber Geld verdienen? Nein. Das wird nicht funktionieren. Klar, du hast ja recht. Als Verein macht das wenig Sinn. Hallo, Lea. Wie geht's? Sehr gut, Henry. Schön, dass du anrufst. Wow. Sehr gut. Das habe ich lange nicht mehr von dir gehört. Dein Buchprojekt? Du, das läuft prima. Ich habe jetzt das Geld zusammen und kann veröffentlichen. Hey, ich gratuliere. Ich freue mich riesig. Und wie machst du es jetzt? Suchst du einen Verlag? Nein, ich glaube nicht. Ich mache das im Self-Publishing. Im Self-was? Self-Publishing. Ich veröffentliche das Buch im Internet und lasse erst einmal nur ein paar Exemplare drucken. Für Werbung und so. Also im Prinzip mache ich alles selber. Okay. Und wie läuft das? Was musst du tun? Also, ich brauche zunächst einmal ein Portal für Self-Publisher. Da gibt es einige. Zum Beispiel Amazon, Buch.com und so weiter. Äh, ja. Ein Portal für Self-Publisher bei Amazon. Habe ich noch nie gehört. Doch, doch. Das gibt's. Und dann, weißt du, dann muss ich einen Redakteur suchen. Ein guter Redakteur ist besonders wichtig, damit noch einmal jemand den Text objektiv liest. Ja, ganz klar. Dann lade ich den Roman hoch. Das ist eine rein technische Sache und geht super schnell. Kein Problem. Hm. Hört sich gut an. Und dann? Dann schreibe ich einen Werbetext. Einen Werbetext? Ja, klar. Nicht viel. Nur ein paar Zeilen, damit die Leser wissen, worum es geht. Aber der Text muss gut sein. Okay. Und dann muss ich noch einen Preis festlegen. Weißt du, nicht zu billig, nicht zu teuer. Mann, das klingt spannend. Ja, und dann muss ich eine Buchparty organisieren. Das ist ja cool. Hey, Lea, bin ich eingeladen? Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen in Frankfurt sein kann und Ihnen das Thema Vor- und Nachteile des Self-Publishings vorstellen darf. Mein Name ist Melanie Springer. Ich habe, wie viele von Ihnen wissen, mein Geschäftsmodell radikal geändert und gründe heute gerne neue Firmen, die mit dem Internet zu tun haben. Und nachdem ich vor zwei Jahren meine alten Buchhandlungen verkauft hatte, gründete ich Buch.com, ein Internetportal für Self-Publisher, einen Service also für Autoren, die ihre Arbeiten ohne Verlag veröffentlichen und verkaufen möchten. Vielen Dank. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick geben. Nachdem ich Ihnen allgemeine Informationen zum Self-Publishing gegeben habe, präsentiere ich ein paar aktuelle Zahlen. Danach werde ich über die Vor- und Nachteile sprechen. Nachdem wir diese Punkte besprochen haben, diskutieren wir gerne Ihre Fragen. Haben Sie schon einmal den Namen Poppy J. Anderson gehört? Nein? Das sollten Sie aber, denn sie ist eine der erfolgreichsten Autorinnen von E-Books mit 400.000 Exemplaren. Das ist enorm viel. Wussten Sie, dass die typische Startauflage von einem gedruckten Buch normalerweise 5000 bis 10.000 Exemplare beträgt? Das ist ein großer Unterschied. Und dennoch tauchen Autoren wie Anderson in keiner gängigen Bestsellerliste oder auf den Literaturseiten der Zeitungen auf. Außer, Sie schaffen es wie Hanni Münzer in den normalen Literaturbetrieb. Nachdem sie mit 295.000 verkauften E-Books berühmt geworden ist, hat sie einen Verlag gefunden. Heute ist sie eine gefeierte Buchautorin. Aber warum gibt es diese zwei Seiten in der Literaturwelt? Nun, um das zu verstehen, müssen wir uns die Vor- und Nachteile des Self-Publishings ansehen. Ich beginne mit den Vorteilen. Ein großer Vorteil ist, dass Sie die Leser über das Internet direkt und schnell erreichen können. Nachdem Sie Ihren Text geschrieben haben, müssen Sie nicht lange warten. Sie können ihn theoretisch gleich veröffentlichen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie nicht in Vorkasse gehen müssen und die Gefahr gering ist, Geld zu verlieren. Die Leser können das Buch on Demand bestellen. Nachdem Sie es bestellt haben, druckt der Verlag erst das Buch. Außerdem haben Sie als Autor mehr Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, wenn es um den Inhalt, das Design und die Werbung geht. Früher hatte der Autor nur noch wenig Kontrolle über sein Buch, nachdem er es beim Verlag abgegeben hatte. Beim Self-Publishing kann er eigentlich alles selbst entscheiden. Zudem verdient er auch mehr am Verkauf. Per Eigenverlag können Autoren bis zu 70% der Einnahmen bekommen. Bei einem traditionellen Verlag sind es gerade mal 10%, wenn sie gut verhandeln. Das klingt alles sehr gut, nicht wahr? Was sind nun aber die Nachteile des Self-Publishings? Also, da gibt es ein... Aber sag mal, ganz im Ernst, so einfach ist das Ganze ja nicht, oder? Nein, bestimmt nicht. Es gibt auch Nachteile. Ich muss ja alles machen, was sonst ein Verlag für seine Autoren tut. Auch mit Lesern und Buchhändlern in Kontakt bleiben, Fragen beantworten und, und, und. Das ist viel Arbeit. Und die Werbung? Ich meine, Kataloge, Prospekte... Du, Henry, das ist doch alles viel zu teuer. Viel Werbung kann ich mir nicht leisten, was bestimmt auch ein Nachteil ist. Stehen die Bücher eigentlich auch in den Buchhandlungen in der Stadt, am Bahnhof und so? Nein, wahrscheinlich nicht. Nur im Internet. Aber weißt du, vielleicht wird der Roman ja ein ganz großer Erfolg und irgendein Verlag meldet sich und will ihn haben. Ja, und dann? Ich möchte Sie noch einmal ganz herzlich willkommen heißen und freue mich sehr, dass Sie nun einige Wochen an unserer schönen Berufsschule verbringen werden. Bevor wir nun einen Rundgang machen und ich Ihnen die Schule zeige, möchte ich ein paar Worte über unser Schulsystem hier in Deutschland sagen. Also, ich versuche das so einfach wie möglich zu erklären. Denn unser Schulsystem ist recht kompliziert und je nach Region unterschiedlich. Wir haben in Deutschland Schulpflicht und alle Kinder gehen zunächst in die Grundschule. Schon am Ende der Grundschule, also die Kinder sind dann gerade mal neun oder zehn Jahre alt, müssen die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern und Lehrern eine Entscheidung fürs Leben treffen. Haupt- bzw. Mittelschule, Realschule oder Gymnasium. Das sind die drei Schultypen, mit denen es weitergeht. Die Mittelschule, in manchen Bundesländern sagt man noch Hauptschule, bereitet auf Berufe fürs Handwerk vor. Wenn man also zum Beispiel Automechaniker werden möchte, dann kann das der richtige Weg sein. Die Realschule bereitet auf kaufmännische Berufe vor, ist also geeignet für Schüler, die eine Ausbildung als Industriekaufmann oder Ähnliches anstreben. Nach dem Haupt- oder Mittelschulabschluss und nach der mittleren Reife, also dem Realschulabschluss, fängt man dann eine Ausbildung in seinem Wunschberuf an und geht auch in die Berufsschule. Das ist einzigartig in Deutschland, das sogenannte duale System. Praktische Arbeit in der Firma und daneben die nötige Theorie und Allgemeinbildung in der Berufsschule. Aber dazu später mehr. Viele Schüler in Deutschland, fast die Hälfte sind's mittlerweile, gehen aufs Gymnasium und machen Abitur. Mit dem Abitur kann man dann eine Universität oder Hochschule besuchen und ein Studium aufnehmen. Soweit im Groben das Schulsystem in diesem Land. Haben Sie dazu Fragen? Schön, euch zu sehen. Jonas, Julian, hallo! Toll, dass es so schnell mit einem Treffen geklappt hat. Wir haben so viel zu besprechen. Gut seht ihr aus. Habt euch gut gehalten. Danke, du aber auch, David. Ja, auf die Gesundheit ist gut zu achten. Vor allem mit zunehmendem Alter. Aber ich merke schon, dass ich nicht mehr so fit bin wie mit Mitte 20. Wisst ihr noch? Unsere langen Partynächte? Wenn ich heute mal einen draufmache, brauche ich drei Tage, um mich wieder zu erholen. Ja, das kenne ich. Damit ist nicht zu spaßen. Ich muss heute auch zweimal überlegen, ob ich das Bier noch trinke oder nicht. Mit Arbeit, Familie und Kindern muss man am nächsten Tag einfach funktionieren. Apropos Arbeit. Wie läuft's bei dir, Jonas? Habe gehört, du bist jetzt Berufsschullehrer. Das kann ich ja kaum glauben. Ja, das stimmt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal in die Fußstapfen meiner Mutter treten würde und Lehrer werde. So ist das Leben. Jonas, du bist doch ein bisschen älter als wir, oder? Ach nee. Aber doch. Du, Jonas, ich habe dich damals nie gefragt, was du vor dem Studium gemacht hast. Stimmt. Na ja, ich war ja auf der Realschule und habe dann meine mittlere Reife gemacht. Mehr ging damals nicht. Ich war in dem Alter einfach nicht fürs Gymnasium geeignet. Danach habe ich erst mal ein bisschen gejobbt, eine Zeit lang auch gar nichts gemacht und mich dann für eine Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten entschieden. Nach der Ausbildung wollte ich aber noch weitermachen. Das war dann klar für mich. Und ich habe mein Abitur an der Abendschule nachgemacht. Oh Mann, das war echt hart. Ich hatte so viel nachzuholen. Aber ich habe es geschafft. Ja, und dann kam das Germanistikstudium mit euch. Die wilden Jahre. Nach der Uni bin ich durch Zufall an der Volkshochschule gelandet und habe Deutschkurse für Erwachsene gegeben. Da habe ich gemerkt, dass mir das Lehrerding total gut gefällt. Und jetzt bin ich Deutschlehrer an einer Berufsschule und eigentlich ganz glücklich mit meinem Job. Was heißt denn das, Jonas? Manchmal frage ich mich doch, ob das wirklich alles gewesen sein kann. Verstehst du, David? Ja, ja, verstehe. Aber Wahnsinn, was du schon alles gemacht hast. Mein Weg war da, glaube ich, etwas langweiliger. Ich bin nach der Grundschule direkt aufs Gymnasium gegangen und habe nach dem Abitur gleich mit dem Studium begonnen. Ihr erinnert euch, während meines Studiums habe ich dann viele Praktika bei Verlagen gemacht und wurde dann zum Glück auch nach meinem Studium gleich von einem übernommen. Und seitdem arbeite ich dort. Ich habe da viel gelernt, auch geschäftlich und bin heute wieder für alles offen. Und wie war das bei dir, Julian? Abitur, Studium, Job? Immer schön geradeaus, wie sich's gehört? Ja, ja, genau. Mein Weg war ähnlich geradlinig wie deiner, zum Glück. Ich finde, vielen Schülern wird es in Deutschland zu schwer gemacht. Vor allem, wenn es darum geht, auf welche Schule man gehen möchte. Nach der vierten Klasse hat man sich schon zu entscheiden. Aber wer weiß in diesem Alter schon, wohin er im Leben will? Man hat in diesem Alter doch noch so viel zu lernen und zu erleben, bevor man weiß, was der richtige Weg für einen ist, oder? Jonas, du bist so nachdenklich. Doch, doch, das finde ich auch. Deshalb gefällt mir das Konzept der Gesamtschule ganz gut. Da ist es leichter, zwischen Mittelschule, Realschule und Gymnasium zu wechseln. Und die Schüler sind länger zusammen. Das stimmt. Und wer möchte, kann nach der Mittel- oder Realschule eine Ausbildung machen oder sein Abitur machen und studieren. Schön wäre es, wenn es die Gesamtschulen überall geben würde. Dass es hier zum Beispiel keine gibt, ist nicht zu entschuldigen, finde ich. Aber da haben wir ja nicht mitzureden. Ach, schön euch wiederzusehen. Fast wie in alten Zeiten. Darauf trinken wir erstmal, oder? Prost, Jungs. Prost. Prost. Und als nächstes kommt das Team der Firma Elektroesel, die uns etwas ganz Besonderes vorstellt. Eine tolle Firma und ein Produkt, auf das unsere Investoren in der Show lange gewartet haben. Hallo, ihr drei. Die Bühne ist frei. Hallo. Hier neben mir sind David Klein und Julian Mittermeier. Und mein Name ist Jonas Lang. Wir sind ein Team und unsere Firma Elektroesel haben wir im November des letzten Jahres ins Leben gerufen. Am Anfang, da war ein Traum. Schwerelos durch die Straßen einer Großstadt gleiten. Vorbei an grünen Parks und glitzernden Hochhäusern. Mit einem wunderschönen Fahrrad. Schneller als alle anderen. Sauberer als alle anderen. Und mit ganz viel Stil. Alle schauen dich an. Alle bewundern und beneiden dich. Ja, und das soll kein Traum mehr bleiben. Denn Elektroesel hat die Lösung. Unser Elektrofahrrad ist ökologisch und stylisch zugleich. Das ultimative Fahrrad für den urbanen Menschen, der umweltbewusst ist und einen modernen Lebensstil führt. Und was ist neu an unserem Fahrrad? Nun, es ist schlank, cool und absolut sportlich. Denn der neue Elektromotor ist nicht sichtbar. Er ist klein, leicht und verschwindet vollständig im Rahmen. Das gab es noch nie. Das ist absolut neu. Ein Elektrofahrrad, das wie ein normales Fahrrad aussieht und immer funktioniert. Auch wenn der Akku mal leer ist. Die Fahrverbote in unseren Großstädten werden zunehmen. Das Autofahren wird immer schwieriger und immer teurer. Deshalb werden immer mehr Menschen Alternativen zum Auto suchen. Und Elektrofahrräder sind die erste Wahl. So ist es. Und wir von Elektroesel garantieren Mobilität für die Zukunft. Unser Ziel, wir möchten unser Fahrrad so schnell wie möglich in Serie bauen und auf den Markt bringen. Liebe Investoren, dafür brauchen wir Sie und Sie und Sie. Investieren Sie mit uns in Maschinen und Marketing. Da habt ihr recht. Das sehe ich auch so. Das müssen wir uns noch mal genauer ansehen. Jetzt aber mal noch was anderes, was nichts mit der Arbeit zu tun hat. Wir wollten doch ein Treffen mit alten Studienfreunden organisieren. Ich schlage vor, wir machen eine klassische Party, weil es dann nicht so steif wird. Wenn wir in ein Restaurant gehen, dann sitzt jeder nur wieder gelangweilt herum und unterhält sich mit der Person, die gerade neben ihm sitzt. Auf einer Party mischt es sich so schön durch. Das ist eine gute Idee. Falls man sich im Gespräch langweilt, kann man so viel leichter den Gesprächspartner wechseln. Außerdem gibt es Musik und man kann tanzen. Aber wo sollen wir die Party machen? Wir brauchen Platz, denn da sind ja ziemlich viele auf der Gästeliste. Das stimmt. Wir könnten die Party doch hier bei uns in der Werkstatt machen. Wir haben viel Platz und das wäre eine coole Party-Location. Mal was anderes und nicht das Übliche. Was haltet ihr davon? Also, ich bin dagegen. Das gibt nur Ärger. Da wir hier viele teure Maschinen und Geräte haben, ist das zu gefährlich. Falls jemand ohne Absicht etwas kaputt macht, wäre das echt blöd. Und teuer. Ich bin da anderer Meinung. Ich denke, das ist kein großes Problem. Unsere Maschinen stehen doch alle auf Rollen und wir können sie leicht zur Seite schieben. Außerdem können wir die Geräte alle abdecken. So sind sie geschützt und werden nicht schmutzig. Falls doch jemand etwas beschädigt, kann doch die Versicherung zahlen. Ich stimme David zu. Außerdem wäre es eine gute Gelegenheit, nebenbei ein bisschen Werbung für unsere Firma zu machen. So schlagen wir quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Falls einer unserer ehemaligen Kommilitonen Interesse hat, kann er sich gleich bei uns informieren. Okay, ich bin einverstanden. Ihr habt mich überredet. Und wer kümmert sich um die Musik? Das mache ich. Ich frage meinen Freund Stevie. Er ist ein super DJ und hat bestimmt Lust auf unserer Party aufzulegen. Oh, das wäre cool. Und ich kümmere mich um die Getränke. Ich bekomme die günstig, da mein Onkel einen Getränkemarkt hat. Super. Und wie machen wir das mit dem Essen? Was haltet ihr davon, wenn einfach jeder Gast etwas mitbringt? Das ist eine gute Idee. Dann haben wir eine größere Auswahl an verschiedenem Essen. Und falls jemand eine Allergie hat oder irgendetwas nicht ist, kann er einfach etwas Passendes für sich selbst mitbringen. Und wer kümmert sich um die Einladungen? Julian, das kannst du doch übernehmen, oder? Da du der Werbetexter hier bist, solltest du vielleicht auch den Einladungstext schreiben. Na gut, na gut. Das macht Sinn. Ach so. Aber wann soll die Party denn überhaupt stattfinden? In der Oberstufe eines Gymnasiums hält der Berufscoach Herr Münzinger einen Vortrag für Schülerinnen und Schüler. Guten Tag, mein Name ist Münzinger und ich arbeite als Berufsberatungscoach für das Jobcenter in Münster. Ich bin heute hier, um Ihnen ein paar Tipps und Anregungen für die Zeit nach dem Abitur zu geben. Zu mir kommen viele junge Schülerinnen und Schüler, die noch keine richtige Idee davon haben, was sie nach der Schule einmal machen wollen. Denn wenn die Schule zu Ende geht, entsteht erst einmal eine Unsicherheit, wie es weitergehen wird. Nur die wenigsten wissen genau, was sie später einmal werden wollen. Ich gebe Ihnen den ersten wertvollen Tipp. Lassen Sie sich Zeit, denn die Entscheidungen, die Sie jetzt treffen, beeinflussen Ihre Zukunft. Nicht die Ihrer Eltern, nicht die Ihrer Freunde, sondern es geht einzig und allein um Sie. Stellen Sie sich zunächst folgende Fragen. Welche Talente und Vorlieben habe ich? Hier können Sie zum Beispiel auch überlegen, was Ihre Lieblingsfächer sind. Was sind Ihre Interessen, Stärken und Schwächen? Welche Wünsche und Erwartungen haben Sie an Ihren Traumjob? Welche beruflichen Erfahrungen haben Sie bereits? Haben Sie schon mal ein Praktikum gemacht oder in den Ferien gearbeitet? Diese Fragen können Ihnen und mir dabei helfen, eine berufliche Orientierung zu finden und Ihren Berufswunsch zu realisieren. Aber ich bin nicht nur dafür da, mit Ihnen einen passenden Beruf oder ein Studium zu finden. Sie können auch schon vorher, bei schulischen Schwierigkeiten zum Beispiel, zu mir in die Beratung im Jobcenter kommen. Auch bei gesundheitlichen Problemen können wir Hilfe anbieten. Außerdem können Sie mir in diesem Beratungsgespräch alle möglichen Fragen stellen, auch zum Thema Ausbildung und Arbeitsmarkt. Wussten Sie zum Beispiel, dass Sie an manchen Universitäten in Deutschland auch ohne Abitur studieren können? Oder es gibt auch die Möglichkeit, ein duales Studium zu machen. Das bedeutet, man verdient schon sein eigenes Geld und hat trotzdem nach drei Jahren einen Universitätsabschluss. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, um mit mir oder meinen Kollegen von der Berufsberatung in Kontakt zu treten. Wir bieten Sprechstunden an den Schulen an oder auch Termine im Jobcenter. Fragen Sie entweder im Sekretariat hier bei Ihnen an der Schule nach oder vereinbaren Sie online einen Termin bei der Agentur für Arbeit. Ich hoffe, diese Informationen waren hilfreich für Sie und ich freue mich schon auf Ihr Feedback. Vielen Dank.